Hallo Leute! Herzlich willkommen bei einem neuen Abenteuer wieder von Jana. Schauen Sie uns auf der Suche nach neuen Abenteuer. Hm, Glocke. So, falls ihr verstanden habt. Herzlich willkommen bei einem neuen Abenteuer wieder von Jana. Schauen Sie uns auf der Suche nach neuen Abenteuer. Hier ist euer Justus König, speziell bei Captain America. Und heute bin ich für euch unterwegs. Hier in Pommersfeld. Ich mache heute eine Tour wieder. Ich gucke heute in der Schule eine Burggrinland und eine Höhle an. Das erste ist das Ziel hier, wo wir sind. Pommersfeld. Eine Burggrinland in Pommersfeld. Die ist genau hinter mir. Da ist die Kirche gewesen. Im Darlintal ist er. Da hinten ist die Peste. Hier ist auch ein Schloss. Pommersfeld. Und... Ja, und das wollen wir uns vor euch mal angucken. Nichts? Ich habe für euch recherchiert, was ihr im Internet gefunden habt für die Beschreibung hier. Hallo. Beschreibung, was ihr gefunden habt. Ich habe ein Bildschirmfoto an Bildschirmfoto gemacht und zeige euch das. Weil hier ist eine kleine Tafel. Und dann nach gehen wir zu der Jungfernhöhle. Die kleinste Höhle hier in Deutschland. Aber das ist spannend. Das hatten wir in der Fremdliche Schweiz. Das war gleich in der Fremdliche Schweiz. Sehr schön. Fremdliche Schweiz hat sehr viele Burgrinnen und Höhlen. Ich war an der Stelle, da war eine von Kitzinger aus 60 km entfernt. Das war schon in der Fremdliche Schweiz. Da ist die Streitburg. Auf dem Streitwerk. Da ist auch eine Höhle. Die Pinkhöhle. Und auf der anderen Seite ist eine große Burgrinnen. Die hat irgendwie anders geheißen. Und... Ja... Es ist in der Fremdliche Schweiz. Bekannt. Viele Höhlen. Und... Und die Höhle. Die Jungfernhöhle, wo wir da hingehen, das ist halt so... Da haben sich schon mal eine wirkliche Stadt zu etwas gesucht. Und die haben ja auch damals auch... Das hat auch in der Geschichte, wie... Ähm... Das sind Jungfrauen. Deswegen Jungfernhöhlen. Da Jungfrauen da gelebt haben und so weiter. Und die da hin gelockt haben. Und bla bla bla. Die haben ja auch da bei... Äh... Entgrabungen dann Knochen gefunden. Von vielen verschiedenen... Hecht Lugendlicher. Wo dabei gestorben sind. Die wissen ja auch nicht, ob es eine Grabstätte war. Sonst war es. Jedenfalls ist es eine Höhle. Die gleich tief runter geht. Und so weiter. Leider heißt Jungfernhöhle. Aber das könnt ihr nachsehen. Ist halt spannend. Jetzt gucken wir uns mal diese schöne Burgrinnen an. Hier. Und ich schalte dann rum auf die... Frontkamera. Also andersrum. Aber... Neben der Kirche... Ist auch ein schönes... Haus. Cool. Schauen wir es mal an mit der Frontkamera. Das ist jetzt... Jetzt sind wir zwar in einer schönen Kirche. Da ist... Ein schönes Gebäude. Mit... Warum so Löwendinger drauf. Und... Da... Ist das Denkmal. Und da hinten ist es... Äh... Burgrinnen. Also Wasserschloss hier wie heißt. Die ist in einem dritten Bauernblick zerstört worden. Im dritten Dauerblick. Und da... Haben sie was hingemacht. Könnt ihr mal angucken. Was da steht. Und das. Ja, das ist ein Dalldenkmal. Und gestorben Sultaten. Da haben wir es halt. Vielleicht können wir es noch ein Rösen. Mit wirklich. Ich denke mal den Sultaten. Ich denke mal... Das ist schon gut. Ja, wie ich sagt ist das Wasserverschloss. Da... Das ist ein Burgraben. Und da ist... Wie ihr seht noch ist Wasser gefroren. Und... vielleicht mal zurückzukommen kommst du mit? Marze Barbara wir laufen und verkunden jetzt mal hallo komm wir verkunden jetzt mal weiter gehts weiter wir machen Brückeingang kommst du? ja ich hab doch gesagt kommst du? 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 schutzpongern ja so ich erzählen wir uns auch was drüber müssen wir reinkommen guck schöne Kirche aber drüber ist die Zugbrücke wenn man auch reinkommt ja so gemacht dass keiner rein soll er ist so gemacht dass keiner rein soll das kannst du vergessen das ist so gemacht dass keiner rein soll da ist ein Schloss davor ohne Grund wirds nicht so sein bleib mal hinten dran ich mach jetzt auch immer ein Video schön was die Kirche mit den Freunden von der Katze machen das ist so rüberklettern das ist so scheiße gemacht kann man auch schlecht rüber kann man auch schlecht rüber ja so Karina kommt noch nicht rein schade 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 das ist eine Burkasse Ne, jetzt tschüss. Ja, tut mir leid, ich rein. Na, Israel. Alles klar? Feine Katze. Miau. Fein, darf er? Oh, feine Katze. Brafe Katze. Grafe Asriel. Bist die Burkatz, ne? Burkene Katze. Brafe Asriel. Brafe Asriel. Gute Miau. Ist schön streicheln, ne Asriel. Brafe Asriel. Komm weiter gehts. Komm weiter. Hallo. Gut. Na, da gehts gar nicht weiter. Servus. Kann man nur ahnen, was da ist. Das ist Endstation. Gehen wir auch zurück wieder. Lauf mal dafür zurück. Das ist Endstation. Ja. Da ist ne Ruine. Da kommst du nicht rein. Das ist auch ne Ruine. Holzbrücke Ruine. Naja. Du kommst nicht rein. Na, du kommst nicht rein. Na, jetzt ist er weg. Da war auch mal ein Tor gewesen. Hier ist der Eingang. Hm? Aber da ist zu. Ja, ab, 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 ab. Ach du dich? Ja, das kann rein gehen. Das liegt da vorne, das Ding ist. Da musst du irgendwie komisch, da kommst du gleich rein. Ja, da darfst du gleich rein. Ich denke, dass ich ein Fahrrad gemacht. Ja. Wenn du jetzt da reingehst und du um das Floss umgehst, Ja, da hast du einen Kug gemacht. Das ist ein Grundstück, der hat vielleicht einen Privatbesitz und der wills halt nicht. Ja, der hat sogar gekauft. Nee, das krieg ich gekauft, das gehört gleich Gemeinde und die wollen es halt nicht, weil es gefährlich ist und keine Ahnung, weil es nicht restauriert ist. Fenn weiter. Wir laufen außer이라us. und wie lange fangen wir mit der Toilette? jawohl lauf ausrum na, verbuck ausrum der Ruine mehr sieht mich auch nix du bist da du bist da man kann nicht viel erkennen da ist halt die Mauer kann man überhaupt nicht rein das ist lustig jetzt gehts wieder weiter gehen wir an den nächsten Zylot nächsten ach, teuer und wie immer gibt es das Video auch in kleinen Stöcke mehr ist ja nicht vorhanden vielleicht haben wir noch ein Schloss an oder was anderes an wo wir zur Höhle gehen nur von irgendeiner Höhle dann bis zu irgendeiner Höhle alles klar guck vielleicht fahren wir zum Schloss hier vorbei zum weißen Schloss wie heißt also sind wir jetzt die Burggrina und da ist nix mehr viel übrig und man kommt auch nicht rein da vorne steht ein Aldi da vorne steht ein Aldi da vorne steht ein Aldi ohne Nummer Kennzeichen wo schaut sie aus da kann ich weiter da kann ich weiter Wann immer sich ein Abenteuer lohnt Angst und Schrecken kennen wir nicht denn das sind wir gewohnt wo immer ein Rätsel zu lösen ist hoch in dem alten Schloss oder im Schwung am West fünf Freunde das sind wir Julien, D.M. George und Tim wie der Hund fünf Freunde das sind wir wir kommen schnell herbei von immer her ist hoch und schon sind wir da wir sind wieder da auf Ganofen Jagd drei, vier Daumen und Verbrecher fünf, sechs Räume und Versteck die Eile Tag und Krass wir sind Eiler und Gänster Banner und Verbrecher wir sind da wo keiner zu schlagen wie der Nobis in die Flucht Gänster, Gänster wir sind da wo keiner Gänster, Gänster wir schlagen wie der Nobis in die Flucht Was hinter verbotenen Türen auch steckt wir kennen kein zurück es wird von uns entdeckt wir lassen uns keine Gefahr eingehen Vertrauen auf uns, wir packen's an wer kann uns widerstehen fünf Freunde das sind wir Julien, Dick und M George und Timmy der Hurt fünf Freunde das sind wir wir kommen schnell herbei wann immer ihr das hofft wir kommen schnell herbei und schon sind wir da sind wir da und ich pack ja nicht Schloss Schloss Weissenstein hast du Schloss Weissenstein das ist von Graf von Schönberg Schönborn und es ist ein paar Platz und es ist ein paar Platz wo schaut's hier aus und das was hier im Hurt ist das Schloss Gespenst und da ist illegale Ölansäugung und da ist illegale Ölansäugung und da ist ein schönes Schien gemacht ja das war vorher ein schönes Metall und jetzt hat man Radaluk Brost ja Radaluk heißt bei die Autos das ist Schloss ja ja aber verschlossen war das Dor keiner trat davor ist verschlossen aber richtig ja da kann man das Seele schloss da drüben ist Hotel und da ist Schloss Weissenstein Schloss Weissenstein dem Streckenverlauf zwei Kilometer folgen sag mal Leute jetzt hab ich gedacht ich bin jetzt mal hier lang gefahren jetzt muss ich mal anhalten das mal fotografieren und filmen ja guck ja das sieht cool aus gell jetzt mach ich noch ein paar Fotos mach ich noch eine Frontaufnahme und dann sind wir uns bei der Höhle bei der Jungfernhöhle hier gleich aber hier ist auch schön die Gegend ist ja schön gut Bett ist auch schön so Leute dass ihr sehen könnt wie wirklich er groß ist ich hier zwei Meter ich bin zwei Meter groß also ich zwei Meter groß und ich stehe vor der Figur und guck und ich geh nur bis dahin ha bis dahin da kostet die Figur und da ist die Figur ein Wander vielleicht sagt er endlich frei oder endlich schönes Wetter vielleicht sagt er endlich frei oder endlich schönes Wetter ha ha sieht schon cool aus sieht schon cool aus in der Richtung ist gleich die drei Kilometer, paar Kilometer rechts abbiegen rechts abbiegen dann rechts abbiegen oder so und da ist die seine Figur Hals ein vor für wird es 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 So Leute, jetzt bin ich an der Jungfernhöhle angekommen, falls ihr es gerade zugeschaltet habt, Herzlich Willkommen bei einem neuen Abenteuervideo von der anderen Chanceaufsuche nach neuen Abenteuern. Hier ist Adios König, spätestens Amerika. Und jetzt haben wir die Jungfernhöhle an. Die Jungfernhöhle ist hier gleich da oben dringend. Sie haben das Schildert. Wir haben sogar hier Schnee und Ding. Da ist es sehr glatt. Wie man sehen kann, ist es ziemlich glatt. Es ist hier also schon hervorragend. Und die Jungfernhöhle ist da gleich da vorne. Das ist die kleinste Höhle hier in Bayern. Sieben Meter lang und sowas. Die drunter ist alleine drin. Ich war schon mal dort. In der Nähe ist der Bamberg und wir sind in der Fränkischen Schweiz. Es ist wunderschön. Man kann hier einen Schilderschlag machen. Da ist auch ein Schneemann. Und ich muss hier aufpassen, hier ist es ziemlich glatt. Scheiß Ding. Und da ist ein Schneemann. Da, guckt da, hier. Hier ist es ziemlich glatt. Jetzt musst du aufpassen und da vorne sind wir gleich. Und da ist wieder der Schneemann. Ja, wir müssen mit dem Zug laufen. Also da ist es glatt. Laufen wir zu der Höhle. Vorsicht, jetzt glatt. Lampen aber dabei. Den Akkustrahler. Haha. Lampe. Kohl hat es geregelt und jetzt hat es wieder eingeladen. Ja, jetzt ziemlich glatt. Wie man sehen kann. Ja, jetzt ist es ziemlich glatt. Und jetzt sind wir am Platz geparkt. Und da vorne muss das rein. Da drüben ist auch der Schnee. Ja, klar, gut. Also jetzt die Höhle. Die Geschichte heißt, hier gibt es eine Sache, die drei Jungfrauen. Das wäre eine Jungfrauenhöhle. Das heißt, hier heute nachts haben drei Jungfrauen hier gelebt. Aber ohne Kopf. Sagt die Sache. Und die haben dann nachts bei der Höhle irgendwie komisch beleuchtet. Und da haben sie die Wanderer angelockt. Mit warmes Essen und so weiter. Und dann sind sie hier reingegangen. Und dann ist die Höhle gleich eine Schlucht runter. Da sind sie runtergefallen. Und viel später haben wir hier aus dem Dorf. Haben dann einen Schatz gesucht. Haben dann eine Leiter gebastelt. Also Leiter haben wir ins Holz genommen. Reingegangen in die Höhle. Haben gesucht. Da haben sie dann Schädel gefunden. Und dann sind sie der nächste Nacht nochmal gekommen. Haben gegraben. Da haben sie halt irgendwas Krematik gefunden. Krematik, das ist gleich das Teile. Dann Knochen. Schädel. Und Knochen. Gabel aus Knochen und sowas. Knochen waren oder sowas. Oder Knochen angesägt. Sie vermuten vielleicht kein Milismus. Da sollen angeblich schon vielleicht 20 Skelette gefunden sein. Also alles was ich ja Informationen über das Ding gefunden habe. Innerhalb. Habe ich ein Bildschirmfoto oder Bildschirmvideos gemacht. Und ich füge das dazu. Und wie wir sehen sind wir schon fast gleich da. Da vorne ist auch sogar eine Tafel. Und dann hier. Sie wissen jetzt ganz genau nicht was das ist. Vielleicht denken auch vielleicht auf so eine Begrabungsstätte. Außerhalb von dem Dorf. Da unten ist nämlich das Dorf Tiefendeller. Da geht es nämlich schlicht hoch. Von vorne. Und. Oh. Dann sind wir schon an der kommenden Höhle. Und da ist die Höhle. Jungfernhöhle. Und da könnt ihr auch was lesen. Das ist das. Und das ist unsere Höhle. Und das ist unser Licht. Und das ist unser Licht. Bergschir. Okay. Geht nicht mehr. Die Leiter ist weg. Der war früher eine Leiter. Siß´s geht nimmmer. Keine Leiter da. Schade. der war früher Leiter hier Holzreiter, da konnte man reingehen, aber ist eh nicht dicht genug schade Leute, schade schade haben wir extra Lampe mitgenommen ich auch ja, dann muss man nächstes mal mit Leiter kommen, die Leiter wusste ja ich Leiter, Holzleiter letztes mal verfallen, vor sieben Jahren ist er auch da aber ja, wir gehen immer noch in mehreren Höhlen und nachgucken, aber das ist jedenfalls so schaut ihr aus ah, Junkerl, hallo, juhu also wie heißt es, er hat sich beleuchtet, wurden angelockt die Wanderer und dann sind sie halt da in die Schlucht rein und da haben sie halt das Knochen und alles geflaggen konnten, von vielen 20 Leuten oder sowas steht hinter drinne man kann aber in der Gegend schon rumlaufen halt so Leute super ja bravo ja 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 warte schade euch davon nicht rein gekommen, aber ja von der Kammer gesehen habe ist da nicht mehr warte ich muss es gerade zu fest machen ist da kein Leiter vorhanden mehr hier haben wir Holzreiter und der rein kann man springen aber nicht mehr rauskucken und nicht mehr nicht mehr in der Höhle vernachten aber auch so ist das cool hier das war es jedenfalls diese Höhle wow cool ne und danke für's Zuschauen, für's Einschauen Bekleidung war die Schwarze Barbara mit der Hongizmo und äh ich war jetzt so nach gezählen nach oben und wünsche euch allen einen schönen Sonntag danke für's Zuschauen, für's Einschauen bis zum nächsten Video und gute Frage jeder fragt hast du eine Beziehung? sag ich ey, will ich eine Beziehung haben? wie kann ich jetzt sofort gehen? ja, Sonntags heute Beziehung heißt dann musst du bei mit Freundin zu Hause bleiben und dann anzugucken weil Sonntag wird's ja auch so und dann die Frauen werden auch immer älter wie wir auch und dann gibt's ja keine Lust habe ich auch mal in der Freundin gehabt die äh war vor zwei Jahren noch mit sowas gern mitgemacht jetzt hat sie auch keine Lust mehr mit lieber Terrakkin mit der Ausflussöde ja ähm sowas machen sie vielleicht einfach und gerne mit und danach haben sie auch kein Bock mehr und die wollen auch nicht allein so aus sein in der Dressa geht euch so es ist ja keine Wunschgründe hat oder wie man sagt ist immer so Beziehung heißt ja auch viel äh Beziehung mit Kindern heißt ja auch es ist kostet viel Geld aber es kostet viele viele Freizeit das kannst du immer so machen wie du jetzt hast und alles was du vorgemacht kannst du aufhören aber es gibt Leute die sagen die es gefällt und es gibt Frauen die wollen nicht erziehen und es gibt Leute die sagen ja es gefällt doch einer Frau und so machen und wir sind frohste Freunde haben und ja ich bin halt gerne auf Sonntag unterwegs und Abenteuer und so eine sowas mitmachen ist schwer zu finden alle wollen das nicht mehr und die älter sind nicht mehr die wollen eher Ruhe haben und alles um zu Hause zu sein wütlich und ich bin mehr ein Abenteurer also deswegen bin ich auch so Dinge dass ich sowas machen kann sonst kann ich ja keinen mal so Abenteuer machen ja das war der Grund und danke fürs Zuschauen fürs Einschalen noch wie ihr wiedersehen bis zum nächsten Video schön Grüße aus der Ding so Leute viele Grüße von der Jungfernhöhle hier in Unterfranken in der Fränkischen Schweiz in der Nähe von Bamberg-Nunberg bei Tiefenteller grüße euch alle schönen Sonntag noch Euer ist das König aus dem Schleiferwald auch von Herzen Barbara und weiter echt Leute hier ist es sauglatt ich muss mich echt aufpassen ich bin mir schon vorgerutscht und wir sind hier echt echt das ist doch hier das ist sauglatt hier ich muss echt vor sich laufen ich bin schon vorgerutscht das ist echt hier auch was ich nicht wollte wirklich so ui ui ob es aber auch wenn ich mich aufpacken kann auf ist offen ich muss erst mit dem Koffer hinkraben ich muss aber erst den Gießmal aufpacken und Lande reintun und dann werden wir wieder hinzukommen so die Jacke aufziehen los los das ist wirklich sauglatt hier und dann einsteigen und dann schauen wir mal wenn wir das mehrere wie fahren können ach der ist ja sauglatt ey sauglatt hier verdammt ey das ist ein richtig dicker oh das ist ein dicker Eisschicht das ist gefrorene das ist Wasser gefroren so dicker Eisschicht scheiße da fahrt sich das Auto da fahrt sich das Auto muss ich auch fahren noch muss ich auch fahren noch kannst du mit? weil so gut kann nicht groß sein dass du dich mit dem Auto fahren und dann steigen Motor starten so 開心 und dann fahrt sich das Auto sehr leicht zache fahrt sich das Auto Nehmen Sie bitte Kamera, inhaltlich gescheit, so, dann hält die Kamera so, wir müssen jetzt gucken, mal klettern, so, jetzt kommen, dann dran unten ist glatt, ja, Fall 5, so, Motorhaube ist, sie ist ein Zeichen, so, ich wollte die ganze Landschaft zeichnen, braucht man nicht, es geht hier wirklich um den Kletter, oh scheiße, ey, du rutschst, ja, ich habe gedacht, du kannst ihn runterrutschen lassen, oh nein, Vorsicht, ist ziemlich glatt, hat er vorhin schon gesagt, ja, guck mal da, vielleicht aber hier runter, aber er schafft es, er hat es viel was geschafft, wir schaffen es, jetzt bist du nicht drunter, ja klar, hier, guck, und, er heilt noch, guck, jetzt wird es nochmal schön glatt, jetzt gucken kannst du einfach, Vorsicht, kann man sogar so fahren, ja, Maxi, zu euch, locker, und dann, wir schaffen es hier, und jetzt richtig klettern, mit zwei Jahren als Reifen, natürlich ist ein ZLK, wirklich gut, wir schaffen es auch schon wieder, okay, hier sind die drei Fragezeichen, darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? Ja. Untertitelung. BR 2018 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 Justus macht dieses Geseh, Erdburg, kein Bock auf Spaß, Mogen, Dinger, gib mal Gas, Mama, Bleiburg, gib mal Stolle, volle Pulle, linke Spur, linke Blinker, linke Winkel, tschüss, ciao, komm auf Tour und lass ihn brüllen, komm auf Welle, das ist mein Film auf der Stelle. Ich fahr mein Ding, fahr meinen eigenen Film, was alle anderen sagen, ist mir egal. Ich fahr mein eigenen Film, fahr meinen eigenen Film. Ich fahr mein Ding, fahr meinen eigenen Film, was alle anderen sagen, ist mir egal. Ich fahr meinen eigenen Film, ich fahr meinen eigenen Film. Ihr wollt die Wahrheit, hier ist sie Ich schwinge am Kroh und leuchte durch nen Club wie Missy Ich bin Busy, ich bin Busy, ich bin Bo Hab Termine und muss los, gib mir noch einen Tassen hoch Ich bin nur ein Quantum, Prost Ich übernehme jeden Fall und bleib auf jeden Fall Am Balli, Ballabelle, auf dein Tor Neue Tracks für deine Ohren, sie flüstern und rumoren Was hat der als nächstes vor, ey? Ich mach mein Ding, ey! Yeah! Was geht dir? Das Bo, King Kronik Drei Fragezeichen Herzlich Willkommen mit meinem eigenen Film Kronik, lass laufen, lass dich Haha! Oh ja! Haha! Ganz genau! Ich mach mein Ding, die die drei Ich mach mein Ding, die 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 drei Ich mach mein Ding, die die drei Ich mach was ich kann, was ich tu, was ich muss Ich mach mein Ding! Ich fahr meinen eigenen Film Was alle anderen sagen, ist mir egal Ich fahr meinen eigenen Film Ich mach mein Ding Oh ja, ich mach mein Ding Ich fahr meinen eigenen Film Was alle anderen sagen, ist mir egal Ich fahr meinen eigenen Film Ich fahr meinen eigenen Film